Pack! Das war so. Ich habe einen selbstgebauten Melon-Launcher. Guck. Guck, Martin. Warte. Hab ich den Melon? Versteh. Nein, hier sind nur drei Stück. Und ich möchte den Trick noch anderen Leuten vorführen. Ich hab aber geröst. Ah, auf mich wird geschossen! Marvin! Hey, geröstet sich. Wenn du die Lämmel übers Feuer hättest, geht sie kaputt. Ich hab was verpasst. Marvin hat sich selbst mit irgendwelchem Feuer umgebracht. Also Manuel oder Martin sind es? Fabri umgebracht. Das ist überhaupt. Darfst du Fabri-Witze machen? Ich denke nicht. Hier ist er. Äh, Manuel! Ah! Grip-Erroars! Ich dachte nur, ich hätte den gut. Hey, Manuel, ich hab dich gesehen. Was ist so? Haha, Luid mal. Es geht so. Hahaha! Hä? Er ist einfach Snake. Hahaha! Dafür lässt er sich töten. Soll sich bitte einhälen. Äh, Martin! Ah, Martin! Oh, Martin! Hättest du das noch geschafft, ne? Ah! Das Dreck! Oh, Martin! Manuel, deswegen hast du mich nicht gefunden, weil in der Ecke kannst du dich in so ein Karton reinfetzen. Ja, er saß einfach in der Ecke drin. Ich wollte gerade schon sprayen, aber ich lasse es besser. Kann er jetzt das... Manuel ist es... Au! Hä? Ist nicht. Bist du dir sicher? Ah! Also Marvin, versteck dich am besten nicht vor so vielen Fässern. Nee, da habe ich... Nein, bei dir habe ich keine Angst. Du hast kein Aim. Jetzt nicht. Alter, weil ich schieße auf mich. Er hat auf mich geschossen. Eben, denn überhaupt noch andere, aber bin ich wieder dumm. Ich lebe, was? Evo, Manuel? Ja, auch noch. Nein, mach mal. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Aber ich würde lieber vor euch. Hier gibt so einen netten Fahrstuhl. Ah, hi. Was tust du? Die Tür wird nicht mehr zu kurz vergessen. Du hast den... Du hast den Stuhl umlaufen. Zugang. Hi, Marvin. Hi, Marvin. Hi, Kevin. Das macht Marvin, ne? Äh, Martin. Martin, Manuel und Marvin, ne? Ja. Das ist er verreckt. Ja, jetzt ist er wird getötet. Das war mal Marvin. Dann bist du es. Warte. Alles, warum schießt du auf mich? Warte. Ihr war doch gerade irgendwer, wo du getötet bist. Weiß es nicht. Da liegt noch eine Leiche. So schlau. Manuel war es nicht verkleidet. So schlau, Manuel. Mega geil. Drops, Alter. Ich hoffe, da drei Meter neben der Leiche. Ja, ne? Hier war doch gerade eine Leiche. Manuel, Manuel. Ich glaube, Martin mag Manuel zu sehr. Das war wie bei Bram. Bram knallt Jay ab und sagt in dem Moment, wo er ihn abknallt, oh, Jay ist tot. Welcher Rabauke von euch hat mir meine Schott gelogen? Ich zeig dir eine. Können wir nicht einfach Kalle töten und der gibt mir die, dann seine? Kalle schießt mich an! Kalle! Ey, Kalle schießt mich an! Nehmt ihr eine Melone? Was, was, was? No? Alles, Kalle. Kalle ist Traitor. Oh, mein Gott, das Baby war... Ey, Kalle! Oh, mein Gott, mein Gott! Er hat ihn jetzt links gemacht. Oder hat er einfach nur einen Anfall? Prüfmarke. Prüfmarke. Ich hatte die passende Perspektive. Hattest du ein Radar, Marvin? Ja, hab ich mir genau gekauft, bevor ich um die Ecke gelaufen bin. Und dann hast du gesehen, Kalle ist... Ja, ich war jetzt auch überlegen, ob wir mit oder ohne spielen. Ja, Kalle war gerade zu dir. Und ich seh... Dann hast du ihn einfach gegeben. Ne, ich... Mit, also... Der ist verfügbar, also spielen wir auch mit dem. Ich bin immer noch kein Felter. Martin hat das einfach deaktiviert, damit mein Video kacke wird. Es wird theoretisch gehen, hab ich aber nicht. Es wird theoretisch sowieso kacke. Ich bin Martin. Pass auf Kalle auf, der macht gerne Random Kills. Ja, ne? So, mittlerweile hat er ein bisschen Buffer, damit sind wir nicht wieder unter die 25.000 Feld durch den Stream. Ja, ne? Ist voll cool. Ich bin, glaube ich, schon seit zwei Monaten auf den 25.000 drauf, ohne runterzufallen. Können wir das ändern? Nein. Außer, du hast mich mit... Alter. Weil ich nicht mal weiß, wo ich bin. Also hier ist Scharfschutz-Munition, aber keine Waffe. Und ein paar Milliarden explosive Fässer. Drei Richtungen in die man in die... Machen wir hier jetzt ein Sandwich? Das war jetzt Fail. Das war jetzt ein Fail. Aber ich schnabel ihn kann. Ach, Natur fliegt durch die Gegend. In die Gang kann ich ihn hier aufheben. Mann. Okay. Das war jetzt... Und dann lass mich es wieder aufheben.